Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Spock, Alf, E.T. und Harald Glöbler. Alles Aliens. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Und hier ist euer Podcast-Predator. Hier ist Chris. Herzlich willkommen zu Nerdizismus, eurem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei nur ich, denn das wird heute eine Solo-Runde. Ich habe mir für euch Alien Romulus angeschaut und darüber wollen wir heute reden. Aber Vorsicht, da wird es zu Spoilern kommen. Ihr seid hiermit gewarnt. Habe ich den Satz irgendwo geklaut? Egal, der macht sowieso nichts mehr. Wer mehr von uns hören möchte, der kann das auf nerdizismus.de tun oder im Podcatcher seiner Wahl oder auf Spotify. Dort könnt ihr uns natürlich auch Feedback hinterlassen oder ihr schreibt uns eine E-Mail an info-at-nerdizismus.de Ihr schreibt uns eine WhatsApp oder Sprachnachricht an die 01525-964-7709 und natürlich freuen wir uns auch über Sterne bei iTunes, bei Podcast-Addict oder bei Spotify. Das hilft wirklich dieser Show einfach weiter voranzukommen. Also, Alien Romulus, wir wollen darüber reden. Ja, ich glaube, dieser Film, der erfreundliche 120 Minuten geht, endlich mal ein Film, der eine normale Spielfilmlänge hat, in der Regie von Fede Alvarez. Fede Alvarez, der ist bekannt vor allem für das Remake von Evil Dead und auch für die Don't Breathe Reihe, die ich beide noch nicht gesehen habe. Ich bin aber auch nicht so der Horror-Fan. Ich weiß, dass die Evil Dead-Remake-Geschichte von 2013 sehr gut ankam bei Evil Dead-Fans. Von daher Benefit of the Doubt, dass das wohl ganz gut war. Alles andere ist jetzt ehrlich gesagt nichts, was ich jetzt so von ihm kenne, weil ich so diese ganzen Conjuring und Insidious und Annabelle und wie der ganze Horror-Kram da heißt. Das ist bei mir so ein Zufalls-Ding, wenn ich da vielleicht bei Netflix irgendwo reinfalle. Wir haben in der Hauptrolle Kaylee Spaney, sie spielt die Rain. Die habt ihr auf jeden Fall gesehen, wenn ihr Priscilla von Sofia Coppola gesehen habt. Da hat sie nämlich die Priscilla Presley gespielt. Sie war auch jüngst in Civil War zu sehen. Und sie hat eine Hauptrolle gespielt in Pacific Rim Uprising. Ihr zur Seite als Android-Andy steht David Johnson, der meiner Meinung nach so der heimliche Star dieses Films ist. Denn er spielt alle durchaus locker an die Wand. Der hat noch nicht so viel gemacht. Er hat in ein paar Folgen Deep Spray mitgespielt und in Folgen Industry, beide Serien, die ich jetzt nicht gesehen habe. Aber der macht das wirklich sehr gut und ist auch noch einer der jüngeren Schauspieler. Dann haben wir einen Charakter, der nennt sich Tyler. Der wird gespielt von Archie Renault. Und Archie Renault, den habt ihr in First Class vielleicht gesehen, in Morbius, wer auch immer sich Morbius angetan hat. Und er war in 16 Folgen von Shadow and Bone dabei. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht gesehen. Weiß ich aber, dass es da durchaus seine Fans hat, diese Serie. Dann haben wir in der Rolle der Kaye Isabella Merced. Die kommt aus den USA und die habt ihr vielleicht in Madam Web gesehen. Wobei auch hier wieder die Frage, wer hat jetzt schon Madam Web gesehen? Und auch sonst noch, vielleicht noch in Transformers Last Night. Das sind so die bekanntesten Geschichten. Im Fernsehen war sie mal zu sehen in Schere, Stein, Papier oder 100 Dinge bis zur Highschool. Wer sich sowas anguckt, why not? Sie singt auch ein bisschen, aber ehrlich gesagt nichts, was mir im Gedächtnis war. Und der letzte in der Riege, Björn oder Björn, Spike Farn, auch ein britischer Schauspieler, den habt ihr vielleicht in The Batman gesehen. So, ihr merkt schon, die sind alle noch recht jung. Und deswegen glaube ich, dass das ist Alien für die Gen Z. Dieser Film sollte ehrlich gesagt nicht Alien Romulus heißen, sondern Alien Kills Gen Z oder Alien Gen Z. Denn das ist, glaube ich, der Punkt, den die damit machen wollten. Das ist ein Film für Alien-Einsteiger. Denn es ist de facto einfach nochmal Alien 1, nur halt jetzt mit nochmal jüngeren Schauspielern. Ich glaube auch viel jünger, als Sigoni Viva und Co. im 79er-Film waren. Der Film spielt zwischen Alien und Aliens, genau in der Mitte ungefähr. Das ist auch vom Look her wunderbar eingefangen. Das ist wirklich toll. Das heißt, man hat also einen schönen 79er-technischen Look, also wie die das damals gemacht haben, mit richtigen Knöpfen und Röhrendisplays und die ganzen, wie man das früher immer so gemacht hat, so Rechner, die so rattern etc. pp. Und auch das Design der Raumschiffe und des Innendesigns, das erinnert ganz, ganz stark an Nostromo und Co., was wir da gesehen haben. Und das passt auch wunderbar. Ist natürlich jetzt nicht mehr so ganz konsistent mit den Hightech-Holo-Steuerungen, die sie bei Prometheus oder dann Alien Covenant hatten. Zwei Filme, die irgendwie so, ja, Prometheus war, da war das Ende das Beste. Also das Ende in dem Sinne, als dass dann eben Naomi Rapace auf zu den Sternen gehen und die Erbauer zu suchen. Und dann haut man dann den Alien Covenant in diese Story voll die Handbremse rein und macht dann so eine komische Geschichte rund um den Androiden. Also es war irgendwie alles ganz komisch. Das Schöne an dieser Romulus-Sache ist, dass es gutes Worldbuilding betreibt. Man möchte eigentlich, und das sagen alle Kritiker, die ihr so online hört, man möchte mehr von dieser Welt sehen. Und ganz ehrlich, wenn ihr mehr von dieser Welt sehen wollt, guckt euch einfach Blade Runner an. Und zwar den ersten und nicht diesen von 2049. Guckt euch den ersten an. Denn ganz ehrlich, nachdem ich jetzt das nochmal gesehen habe, hätte ich eigentlich viel ja mal so einen Blade Runner Alien Crossover, was es ja so inoffiziell so auch irgendwie so mal, gibt es nicht wirklich, aber naja, es gibt so ein paar Andeutungen in diversen Filmen, dass vielleicht Blade Runner und Alien im gleichen Universum spielen. Wäre mir auf jeden Fall lieber als diese Predator-Scheiße, weil das wäre ja auch total albern. Das wäre mal ganz cool. Und dann wären halt die Androiden in dem Alien-Franchise halt die Replikanten aus Blade Runner. Würde ganz gut passen. So, Dead Set kommt danach, nach dem interessanten Intro und dem interessanten Worldbuilding, wo wir also Rain und ihren Androiden Andy kennenlernen, der allerdings ein bisschen kaputt ist und deswegen einfach eher wie so ein kleines Kind daherkommt, kennen. Und sie wollen von einem Minenplaneten fliehen, der irgendwie angeblich 2700 Einwohner haben soll, aber sich anfühlt, das werden da Hunderttausende von Leuten auf engstem Raum zusammengepfercht. Aber okay, sei es drum. Sie haben dann die Möglichkeit, mit Freunden eine verlassene Raumstation zu entern, um dort Schlafkapseln sich zu besorgen, also so Hyperschlafkapseln zu besorgen. Und damit wollen sie das den Planeten verlassen und woanders hinfliehen. So, natürlich ist auf dieser Station, die verlassen ist, das entsprechende Alien-Massaker schon vorprogrammiert. Und dann muss man sagen, ab dann hat der Film mich leider ziemlich enttäuscht, weil alles, was man im Trailer gesehen hat, und da habe ich schon gesagt, das sieht ehrlich gesagt einfach nur eins zu eins aus wie Alien, nur mit jüngeren Kindern. Genauso ist es auch. Der Film hat wenig bis gar keine eigenen Ideen. Es ist von allem einfach nur mehr. Und da, wo Alien nämlich clever war, ähnlich wie der weiße Hai, dass ich immer, wenn ich denke, das Monster kommt, es aber nicht gekommen ist, und dann kam es, wenn ich nicht mehr damit gerechnet habe, so clever ist der Film nicht. Wenn das Monster, wenn ihr glaubt, es kommt, dann kommt es auch. Und dann kommt nicht nur ein Alien, dann kommen gleich 10, 20 Stück ähnlich wie ein Aliens. Also der Film ist eigentlich so genau die Mischung aus Alien und Aliens. So ungefähr das Konglomerat mit Gen-Z-Charactern. Die sich auch genauso dämlich verhalten, wie in jedem Horrorfilm, wo man einfach sagt, ja, hättest du doch aber einfach das gemacht, dann wäre doch das nicht passiert. Das hat man die ganze Zeit. Es gibt ein paar nette Ideen, dass ab und zu mal was Schwere los wird und so. Ja, das ist mal ganz nett. Aber grundlegend hat der Film eigentlich nichts Neues zu bieten, sondern er geht eigentlich Beat für Beat die anderen Alien-Filme vielleicht bis auf Alien 3 eigentlich durch. Das heißt, alles, was ihr von einem Alien-Film erwartet, ist drin, Facehugger, Chessburster. Und am Ende, wenn man denkt, der Film ist zu Ende und sie fliehen dann in dem Shuttle, bam, natürlich kommt es dann nochmal. Also das ist halt auch überhaupt keine Überraschung mehr, wenn du ein alter Alien-Franchise-Hase bist. Deswegen nochmal, hat man noch nie einen Alien-Film gesehen, dann mag das wirklich ein ganz guter Einstieg sein. Aber auch dann muss ich sagen, warum damit einsteigen, wenn ich nicht einfach mit dem besseren Alien einsteigen kann und dann da weitermache. Also das ist halt so die Sinnfrage. Aber vielleicht ist das ja manchen halt dann einfach, oh, der olle Film, jetzt soll ich mir den angucken. Optisch schwankt das zwischen sensationell und grausam. Es gibt ein Cameo von Ian Holm, der heißt dann hier nicht Android Ash, sondern Book, aber er spielt die gleiche Art von Androide wie auch in Alien und das ist wirklich grausam. Also das Uncanny Valley dieses CGI-Gesichtes ist unglaublich schlecht. Das wird dann später im Film irgendwie so tendenziell besser oder man gewöhnt sich dran. Aber als der zum ersten Mal ins Bild kommt, wobei einem irgendwie schon so von vornherein klar ist, man sieht so diesen störten Androiden die ganze Zeit immer nur von hinten und man ahnt schon, was jetzt kommt. Das war nur die Frage, ist es Lance Henriksen oder es ist Ian Holm? Einer von beiden musste es irgendwie sein. Und das ist wirklich schlecht. Da ging also ein Raunen durchs Kino, wie schlecht da wirklich dieses De-Aging war oder das komplette CGI-Face. Es war also, ganz ehrlich, da fand ich Tarkin in Rogue One überzeugender. Das holte ich dann natürlich halt immer so raus und auch sonst diese ganzen, hatte ich ja schon gesagt, sind die Ideen einfach nicht frisch. Statt mal was Neues mit dem Franchise zu machen, macht man einfach nur den alten Kram nochmal. Hm, deswegen, mich persönlich hat der Film, der weiß Gott keine Gurke ist, jetzt aber ehrlich gesagt nicht abgeholt, weil ich fand den weder spannend noch irgendwie gruselig oder sonst irgendwas, weil halt relativ klar war, wie das Ganze funktioniert. Das Highlight ist für mich der Android Andy. Der ist wirklich super. Das ist mal ein neuer Twist gewesen. Auch Kaylee Spaney als Rain spielt das gut. Also an den Schauspielern liegt es nicht. Die machen das Beste aus ihren Drehbuchsätzen und von mir aus kann man dann mit Rain auch noch ein bisschen weitermachen und dem Duo mit Andy. Das hat durchaus Potenzial. Aber dann bitte diesen Film nehmen, als kleines Soft-Reboot für die jüngere Generation nutzen und dann aber mal mit wirklich eigenen Ideen was machen. Im Grunde genommen war das ja bei Prometheus und Covenant so, dass man mal was hatte. Es hat sich einfach nur in einer völlig abstrusen Story verloren, anstatt vielleicht wirklich mal am Ende mal mit den Erbauern oder den Erschaffern wirklich mal was zu machen, anstatt sie nur so als Stichwortgeber oder komische Mystery-Boxen reinzuwerfen, die dann nie aufgelöst werden. Auch hier versucht der Film leider auch, krampfhaft eine Verbindung zu eben besagten Prometheus und Covenant herzustellen. Und ich sag mal so, wem das Sigourney Weaver Ripley Mutter-Alien in Teil 4 schon grenzwertig vorkam, dann macht euch hier auf was gefasst. Mein Stirn war sehr rot, als ich das gesehen habe. Aber okay. Wie gesagt, der Film ist keine Gurke, man kann ihn sich wunderbar angucken. Und nochmal, wenn ihr großer Alien-Fan seid, würde mich eure Meinung interessieren. Wenn ihr keiner seid, würde sie mich auch interessieren, denn ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das eher was für Leute sind, die sonst casual mal von Alien gehört haben, aber sonst da nicht sonderlich drin sind. So, jetzt will ich natürlich eure Meinung wissen. Wie fandet ihr den Film? Wart ihr schon drin? Habt ihr ihn euch angeguckt? Dann schreibt es in die Kommentare oder hinterlasst uns eine Sprachnachricht oder WhatsApp an den 01525 964 7709 und natürlich bei info at nötizismus.de. Hier geht es bald weiter mit unserer House of the Dragons finalen Besprechung. Michael ist ja noch im Urlaub, deswegen verzögert er sich ein bisschen. Dann geht es aber auch gleich nahtlos weiter mit Rings of Power. Also von daher, fantasy-technisch seid ihr hier absolut bedient und deswegen empfehlt uns weiter für alle, die jetzt auch da ein bisschen drin sind. Und in diesem Sinne macht es los. Bis dann. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums. Hier geht es also. ... Ganzriminalität des Podcast-Imperiums. Vielen Dank.